Olaf Scholz wurde vom SPD-Bundesvorstand einstimmig als Kanzlerkandidat für die kommende Bundestagswahl nominiert. Diese Entscheidung soll am 11. Januar 2025 auf einem Parteitag offiziell bestätigt werden. Die Nominierung von Scholz war nicht ohne Kontroversen. Es gab Diskussionen innerhalb der Partei, ob der beliebtere Verteidigungsminister Boris Pistorius als Kanzlerkandidat antreten sollte. Pistorius lehnte jedoch eine Kandidatur ab, was den Weg für Scholz frei machte. Die SPD plant, den Wahlkampf auf ein Duell zwischen Scholz und dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz zu fokussieren. Trotz der internen Debatten hofft die Partei, mit Scholz Regierungserfahrung und Themensicherheit zu punkten. Olaf Scholz hat sich als Bundeskanzler auf mehrere zentrale Themen konzentriert. Wirtschaft und Finanzen. Scholz legt großen Wert auf eine stabile Wirtschaft und solide Finanzen. Er hat sich für Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung eingesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Soziale Gerechtigkeit? Ein weiteres zentrales Thema ist die soziale Gerechtigkeit. Scholz setzt sich für höhere Mindestlöhne und bessere Arbeitsbedingungen ein. Er hat auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut und zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus unterstützt. Zweiter Klimaschutz. Der Klimaschutz ist ein weiterer Schwerpunkt. Scholz hat sich für eine beschleunigte Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien stark gemacht. Er unterstützt Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Förderung nachhaltiger Technologien. Internationale Beziehungen. In der Außenpolitik hat Scholz eine aktive Rolle in der EU und der NATO eingenommen. Er hat sich für eine starke europäische Zusammenarbeit und eine entschlossene Haltung gegenüber internationalen Konflikten wie dem Ukraine-Krieg eingesetzt erstens. Bildung und Digitalisierung. Scholz betont die Bedeutung von Bildung und Digitalisierung für die Zukunft Deutschlands. Er fördert Investitionen in Bildungseinrichtungen und digitale Infrastruktur, um die Innovationskraft des Landes zu stärken. Hast du eine Meinung zu Scholz erneuter Kandidatur? Schreib mir doch gerne deine Meinung unten in die Kommentare. Möchtest du mir ein Like und oder ein Abo dalassen? Darüber freue ich mich sehr. Bis demnächst mal wieder.